Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunnen zum Geburtstag an alle Leute, die heute Geburtstag haben. Und ich spiele heute mal wieder Free Fire Max. Und willkommen bei Red Dog Gable. Ich spiele heute Free Fire Max und ich spiele heute Battle Royale. Also wird es für euch ein bisschen länger. Zwei Runden. Dann viel Spaß. Okay, erst wieder weggehen. Es ist so ein weiter. Aber es ist zu viel Leid. Wollt ihr euch jetzt nicht zu Hause? Schmühle die Runden. Okay. Jetzt geht es wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Ach. Bisschen ruhiger. Gut. Das ist heute der zweite Achte. Es ist heute der zweite Achte. Und gestern hat... Ne. Ähm. 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 CS. Ranking. Ich habe schon ein bisschen probiert, Ranked zu spielen, aber da spielen es gerade richtig gute Spieler, die auch zusammen spielen, also Team. Und da habe ich bei Ranked halt gar keine Scheiße, okay bei Ranked ist es sowieso immer ein bisschen schwierig, weil die gehen sowieso meistens mit einem Team rein, ab dem 1.9. kommt die neue Liga, bitte Royal, äh, Dingensfrei. Ja, sag mal schnell, ich habe vergessen. Die neue Liga startet am 1.9. und bitte Royal. Oh, cool. Okay. Ja. So, aber das mal probieren mit diesem Gewehr. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Okay. Wer sind die Gewehre? Toria? Ja. Kann man die auch aufrüsten? Ich glaube nicht. Söhne, die kleine. Das Haus war überraschend. Das ist ja Schalen schon mal gut. Von dem Ball. Was? Ich glaube, es ist ein Kampf. Also, nicht ein Kampf. Sondern... ...dar mit dem ich ziele. Ok, da der Knopf sowieso ein bisschen laggy ist, defekt ist, ist es ja schön, dass ich nicht zielen kann. Da hab ich sogar was für einen Schlüssel, um in so'n Ding ins Rein zu kommen, zumal. Ehrtiger, den brauch ich ja dann auch nicht. Ich musste in den Häusern bleiben, obwohl das ja kein Haus ist, das ist eine Riesengarage. Ja, ich muss in den Häusern bleiben. Homem-Ihrl. oh mein god ist ein raub da wo sind alle? möchte ich nicht Was? Kann ich für die Waffe nehmen? Kopfschuss, Kopfschuss. Da ist einer der räumt gut ab. Noch acht Leute da? Mit mir? Noch acht Leute da? Mit mir? Da müssen wir jetzt hinter drüben. Verschwinde da, Junge. Verschwinde da, Junge. Oh! Noch sechs Leute. Noch sechs Leute. Nachher, Junge. Nachher, Junge. Gott, das ist in der Fall. Schauen wir uns hier mal an, was da hier schönes verproduziert. Ich denke mal, das ist der mit den meisten Pilz, oder? Der 10 Pilz. Schade eigentlich. Ich war eigentlich gut ausgerüstet, aber einmal drauf gehalten, den Magazin leer. Ich habe extra gewartet, bis er da dran war. Ja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Er ist laggy. Ja. Okay. Was war er gewesen? Und war er laggy? Was schießen konnte er ja. Er hat nur 4 Kills. Ich hatte ja nur 1 Kill. Ich habe noch 2 Leute da. Okay, nice. Da oben. Der ist oben. Da oben ist er. Ja. Spät gesehen, ja. Spät gesehen, ja. Na gut, okay. Das war's mit dem ersten Video. Und das zweite. Folgst du gleich. Viel Spaß. Gut. Das Endengrenkreis war ja ein bisschen spannend gewesen. Gut. Das Endengrenkreis war ja ein bisschen spannend gewesen. Gut. jetzt spielen wir mal wieder ein bisschen Richtung Dordau ich habe gerade im Welling auch nicht mal probieren so ein Rund in der Nahkampfwaffe aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht so gut aber hier nicht, ich glaube jetzt gehen wir mal hier in der Stadt rein oh, da ist schon einer nicht erschießen ich habe noch keine Waffe wir laufen jetzt mal unten lang da in dem Tunnel, da sind immer Waffen ich habe noch keine Waffe Der hat eine Waffenbombe, nutzt er sie nicht. Oder hat er keine Munition? Okay, jetzt haben wir noch eine Munition. Wir sind hier in der Area. Hier gleich weg ist. Kein Fahrzeug fahren. Ah, da oben. Weg ist er. Nicht getroffen. Na ja, ein paar mal schon. Aber zu wenig. Das ist ein Helm. Zwei, den habe ich. Beste Hals habe ich. Ah, schnell weiter ran. Ich hänge. Ich bin da noch keine Munition. Ich bin da noch nicht. Ich bin da noch nicht. Ah, das ist doch nicht... Na gut... Schnell schauen wegen Munition... Weißt du, es ist auch so, wenn ich mir das Video später nochmal anschaue, dann sehe ich mehrere Leute... Oder andere Leute... Woan da stehen? Da ist ja auch ein Haus... Hier ist auch nichts drin... Die Wand geht schon... Die Wand geht schon zu... Die Zone schließt sich schon... Okay... Da waren zwei Leute... No... Ah... Also es ging ziemlich schnell... Aber wir schauen uns das Ende noch an... Wir ziehen bis zum Ende durch... Er sucht sich gerade die Sachen raus... Passes Design... Ist da was geändert? Ich glaube nicht... Da schaut er nach Sachen... Ah... Ah ok... Er hat mein Gewehr genommen... Und meinen... XM8... Also er hat meine Sachen geklaut... Arschloch... Jetzt musst du aber auch gewinnen... Ja... Naja... Er hat wieder getauscht... XM8 wollte er nicht haben... Er hat da jetzt eine... Was ist das... MP40... Ne... eine... Äh... UMP... Ich muss mir vorzeigen... UMP ist das... Ja... UMP... Er hat zwei... Gewehre... Eine AUG... Als Fankampfwaffe... Die Wand geht ziemlich schnell zu... Ich würde mich beeilen... Die Wand geht... Warum sage ich mal... Die Wand geht zu... Die Zone schließt sich... Ziemlich schnell... AK27... Das ist ja kein E... Das ist ja hier Dingens... Oh... Da oben ist einer... Da oben ist noch einer... Hier ist auch noch einer... Eingetroffen... Oh... Oh... Aufschloch... Das wird knapp... Oh... Oh... Na... Oh... Oh... Na ja... 5 hat er schon mal gut gespielt... Gib mal schon mal ein Like... Oh... 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 Er hat genug... Oh... Oh... Zum Regen... Mit... Oh... Elf Leute... Schauen ihn zu... Hm... Elf Leute... Er hat 6 getötet... Oder ist das... Elf schauen insgesamt zu... 14... 6... Ah... Elf schauen insgesamt zu... Nicht nur ihn... Oder doch... Nur bei ihm... Ich höre von links kommt was... Ich höre von links kommt was... Loll... Loll... Eine Ska... Die Augenkarte weggeschmissen... Mit das... Ist das da zwei... Mitteldistanz-Nagkampfwaffen? Also... Er will nicht mehr auf Fernkampf gehen... Wahrscheinlich... Jetzt ist er nur noch in grün... Aber in falsche... Erre Nummer... Ich bin mal gesperrt... Oh... Okay... Schön... Da ist er da oben... Jetzt sind wir beim nächsten... Eins gegen eins... Irgend so was... Irgend... Ein... Ich habe bestimmt nie aus Punkte gekriegt... Eine ich spüre ja kein Ranking... Gott sei Dank... Gut... Dann war's das für heute... Ich sag Dankeschön für's Zuschauen... Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid... Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen... Bis dann... Untertitelung des ZDF, 2020